Hallo, die Kamera ist, ah ja, die ist wahrscheinlich hier. Sorry, es ist ein bisschen lang gestern geworden. Oh ja. Hallo. Geht hier. Geht. Okay. So. Ach ja, da will man einmal aufnehmen und schauen, ob man die ganzen Matches vor letzter Nacht ein hat. Entschuldige, ich bin noch im Alter, weil ich komme gerade... Ich bin gerade voll schon gekommen. Ach Mensch, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Ich habe mir gedacht, ich erzähle so ein bisschen über mein Leben, was ich alles so ein bisschen gemacht habe. Wir sollen uns kurz vorstellen, hat es Carsten. Ja, hi. Elke hier. Ihr seht, es regnet, ich mache ein bisschen Hinne. Kurz zu mir vielleicht. Ich bin Anfang 30, ja, noch ledig, komme aus Wien. So, was ich mag, ich mag Musik, Musik ist mein Leben. Also, ich bin aufgewachsen in eine kleine Kaff, kleine Dorf und alle haben mich Jenny genannt und so und meine Name war anders. Aber die haben dann gesagt, na, Jenny ist besser, weil war schwierig für sie so im Dorf auszusprechen, glaube ich. Jenny finde ich auch ein bisschen sexy, weißt du. Da habe ich mir gedacht, ja, ist gut, finde ich gut, nennst du mich ein bisschen Jenny. Ich bin hier gerade bei meiner Omi auf dem Land. Es blüht und es ist grün und die Luft, hier so mit so Berge und so und so Seen und so. Was kann man hier so machen? Ja, ich weiß auch nicht, spazieren gehen oder ja, sonst ist es halt hier nicht so. Ich meine, klar, die Stadt, logisch, oh Gott, du kriegst so diesen Beep der Stadt mit. Es kann sein, dass man hier irgendwie so ein Dude mit einem Traktor vorbeirollt und dann könntest du sagen so, ey, ja, klar, ich steig mal ein. Und dann wird es irgendwie der geilste Tag meines Lebens, ja, kann passieren, aber voll schön, ist aber voll schön. Omi ist echt so omi ist eine Königin. Omi ist so ein Vorbild für mich. Ah ja, aber das ist Bruno. Oh, wie alt bist du jetzt eigentlich? Wissen wir nicht, ne? Danke, Omi, weil die hat ihn immer gegossen und gepflegt und so und bei mir wäre er wahrscheinlich gestorben. Ich komme aus einer Familie, wo, ja, also mein Papa ist Fleischer, Walter Wudeck, Fleisch- und Wurstwahn, 10, 30. Weiß nicht, vielleicht kennen Sie das. Es ist eine Fleischerei, sehr bekannte Fleischerei und auch Wurstfabrik. Mein Vater hätte sehr gerne, dass ich übernehme. Das Problem ist natürlich a, dass ich eine Frau bin und b, na, ist eigentlich nur das eine Problem. Lieblingsspeise, ja, das ist bei uns natürlich traditionell. Schinkenfleckerl, Fleischlaberl, am Wochenende vielleicht ein Papelspitzer-Schnitzel. Da hinten habe ich übrigens gerade einen Erdäpfelsalat aufgestellt. Da, Schatz, da. Hmm, was gibt es feineres als einen schönen, guten Erdäpfelsalat? Da hat man es jetzt eh gesehen, gell? Ja, da. Ja. Ja, also katholisch bin ich auch. Das wäre mir auch wichtig, dass es das ist, ja. Also, nicht irgendeine andere Religion oder was ja nicht was. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich wahnsinnig auf diese New Experience. Ich liebe es, ich liebe es, mit Menschen zu tun zu haben. Ich bin auch, ich würde sagen, ich glaube, ja, sehr souverän, souverän im Umgang. Das ist wirklich ganz interessant, also auch philosophisch, habe ich darüber nachgedacht. Ich habe so ein Rührei gemacht gestern. Wie es der Zufall halt so will, ist mir so ein kleines Eierschirchen in die Schale reingeflutscht. Das habe ich dann versucht rauszuholen und bin immer wieder rein mit dem Finger zuerst und dann war es, dann ist man so gerade dabei und dann hat man es gerade und dann ist es wieder weg. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich total meditativ auch. Auch so etwas einzuführen, so einen Faden in dieses Nadelöhr, das dauert. Das ist toll. Ich habe immense Stimmprobleme gehabt und weil das aber nicht reicht, habe ich eine Ärztin gefunden, die mir Burnout diagnostiziert hat und so kam ich also raus. Und jetzt ist es so, dass ich also jetzt ohne Scheiß Asthma habe und dass wir deshalb seit fünf Wochen hier im Filmhaus meines Mannes hier, Stefan und ich und meine zwei Kinder, Leon und Valentina, die sind zwölf und acht Jahre alt. Also diese ganze hier Essen kochen, die ganze Zeit einkaufen am Land, das ist jetzt ja alles nicht so ohne. Das ist ja auch so, dass die Lehrer und Lehrerinnen, also hier jetzt nicht, habt ihr fünf Wochen verpasst, schwamm drüber. Nee, also wir müssen jetzt hier richtig alles nachholen. Wir haben einen Drucker gekauft vorgestern, weil ja jetzt dieses, das funktioniert ja jetzt, das mit dem Internet, ist ja auch das mit diesem Homeschooling. Und ich bin hier den ganzen Tag am Ausdrucken. Ich komme hier überhaupt nicht mit, ich mache jetzt hier Mathe, Englisch, Deutsch, Französisch, erste Fremdsprache. Also hier, da ist jetzt nicht viel mit so, äh, lecker im Garten sitzen. Boah, was noch? Ah ja, Lieblingsessen weiß ich jetzt nicht. Spaghetti, äh, Religion? Nee. Ich bin gerade beim Ausweinen, weil ich bin gerade am Zogen, ähm, ich wohne jetzt mit meinem Mitwohner, mit Dominik, äh, weil meine Ex-Freundin hat mich verlassen. Ähm, ist nicht schlimm, ähm, also, na wurscht ist es nicht, aber, ja, wurscht. Ich weiß nicht genau, was der Grund ist, ähm, da müssen Sie jetzt die Patrizia fragen. Vielleicht erzählt sie mir das mal in Ruhe, wenn sie mal abhebt, wenn ich sie anrufe. Ich weiß nicht, warum ich euch das erzähle. Äh, ich wohne jetzt mit dem Dominik. Der Dominik ist ja ganz erleber. Hoffentlich hätte er nicht zu. Er habe eh nichts Blödes gesagt oder habe irgendwas Blödes? Scheiße, 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 ich muss jetzt dieses Video schicken, nicht, dass ich aus der Maßnahme wieder rausfalle, wo ich gerade reingerutscht bin, ne? Das wäre halt irgendwie schon peinlich, also gerade vor der Patrizia. Ich habe viel Potenzial, es ist alles da. Ich habe Kraft, ich habe, ich habe, ich habe, ich leuchte, verstehst du? Wenn ich in einen Raum komme, ich habe keine Komplexe. Ich komme einfach in einen Raum. Die kommen in einen Raum, sie tun so, als würden sie in den Sarg gehen, sterben von Nervösität. Warum? Warum bist du nervös, Mann? Ich spaziere rein, hast du keine Füße? Weißt du, was ich meine? Warum hast du so viele Komplexe? Warum, Alter? Warum? Zeig einfach, wer du bist. Warum hast du Schiss davor? Und ich denke mir, hey, habe ich mir meinen ganzen Arsch aufgerissen, weil ich habe eine Angst vor dem Leben? Warum? Und ein bisschen Mut, weißt du, da muss es da sein. Weißt du, so, da musst du aufmachen. Da bin ich. Nimmst du mich, nimmst du mich? Also in der Krise sitze ich zu Hause. Ich vertreibe mir so meine Zeit. Gehe ein bisschen spazieren. Ich bin natürlich gespannt, wie das mit der Gruppe laufen wird, also läuft. Ich freue mich sehr, dass ich es in diese Maßnahme reingeschafft habe. Wenn mir das echt so einfach mal Lifesaving-Shit. Hätte mir gar nicht gedacht, mit meinem Lebenslauf, dass ich das irgendwie erhoffe mir dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen auch meinen Vater meiner Familie beweisen kann, was ich so drauf habe. Ich hätte sonst gar nicht mehr gewusst, wie ich finanziell um die Kurve komme. Also, wie sagt man da? Aber ihr wahrscheinlich auch nicht, weil das ist ja gerade jeder irgendwie. Ey, Frau Dr. Nowak, danke. Sie haben mir echt den Arsch gefressen. Und auch dem Amt für diese tolle Möglichkeit. Ich bin total froh, jetzt hier in dieser Gruppe zu sein. Wirklich, also ähm... Traumpower oder weiß auch nicht was. Wir sind irgendwie alles Frauen. Zumindest weibliche Vornamen in der Mail. Toll, alle, wie ihr so drauf seid. Finde ich dufte. Ja, das ist jetzt... Also ich finde das... Oh, Entschuldigung. Und ich finde es ganz toll, dass wir das machen, wie gesagt. Ich versuche es gut zu machen. Ich werde mich bemühen für die Gruppe. Und ich freue mich so auf euch. Ich bin so gespannt auf euren Beat, wie ihr drauf seid. Reicht das? Ich meine, das muss jetzt mal... Also, ne? Also... Ja, genug. Genug. Hast du mich jetzt genug kennengelernt? Verantwortungsvoll. Werde ich es machen. Hey, bin ich hier richtig bei Maßnahmen und so? Bist du auch aus Wien? Bisschen, aber ich bin gekommen mit dieser Maßnahme nach Berlin und so. Aber das ist voll korrekt, weil es gut abgesprochen, weißt du? Aha. Auch mit der Frau Dr. Nowak. Hallo. Ah, hallo. Das ist ja schön. Ganz, ganz schön. Sehr schön. Können wir dann, oder? Sorry? Hallo? Ist die Verbindung eh okay? Entschuldigung. Wir hatten hier im Homeschooling so ein Zoom-Desaster mit der Valentina. Der Stefan ist mal wieder spazieren. Ja, super. Du, dann starten wir jetzt einfach. Ich freue mich so, dass wir uns jetzt alle mal kennenlernen. Also so live. Was müssen wir denn jetzt genau machen? Ja. Wir gehen mal vor. Ich habe hier nochmal die E-Mail aus dem Amt. Na, 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 so und so. Sie unterliegen den strikten Richtlinien des Programms. Jeden Freitag muss der Upload der Wochenaufgabe jedes einzelnen Teilnehmers bei uns eintreffen, um die Teilnahme an der Maßnahme zu sichern. Zu allen weiteren Fragen werden Sie sich bitte an Ihre jeweilige Wochenleiterin. Weiß eigentlich jemand, wer diese Ricarda M. ist, die uns zu diesem Meeting eingeladen hat? Ich nehme mal an, das ist die Sekretärin von der Dr. Nowak, oder wie? Naja, die muss ja hier irgendwo in diesem Zoom-Meeting sein. Also vielleicht ja ohne Videofunktion. Ja, hallo. Frau Ricarda, wo bist du? Was? Nein, Rikki. Rikki reicht völlig. Wieso sagst du nur nichts? Wieso, was soll ich sagen? Ach so, ich bin der Wochenleiter, Entschuldigung. Ja, ihr braucht ja das Thema der Woche für die Wochenaufgabe, Entschuldigung. Das habe ich da auch. Hier, das Thema der Woche lautet Bananen stärken den Zusammenhalt. Ja, Bananen stärken den Zusammenhalt. Genau. Was bitte? Das steht in der Mail von der Frau Dr. Nowak. Du legst dich nieder, wenn der Tag anbricht. Und es ist schon wieder Licht. Aber irgendwie ist es ja auch eh schon wurscht. Es ist ja Zeit, dass du aufhörst. Mit dem Essen als Kind hast du gedacht. Das ist ja geschissen als Erwachsene. Hast du das auch gedacht? Du hast aber trotzdem gemacht. Du hast keine Lust auf dieses Bla, Bla, Bla. Es war nur schon lang vor dir da. Und wenn du jetzt sagst, was du denkst, dann kannst du aber gleich liegen bleiben, weil dann will dich eh niemand mehr sehen. famously wirst du ein symbols. Du hast ja jetzt die Zeit. Und wie du siehst? Du hast ja nursing. Vielen Dank.